Schulter, Schulter, Kopf. Becken bleibt ruhig, Hüfte, Hüfte, Hintern, Hintern und weiter. Dann wieder Schulter, zwei Runden. Becken stabil, Bauchnabel fest. Dann direkt viermal Liegestützhandlauf, exzentrisch. Enge Haltung, langsam, gerade runter. Zur Not die Hände so breit, wieder beim Hochnehmen, wie ihr müsst. Körper bleibt die ganze Zeit in einer Linie. Langsam runter, Becken und Brust legen gemeinsam ab und heben sich auch gleichzeitig wieder hoch. Vier Stück. Stützt ab, genau. Sechsmal Seiteheben, Beine. Nach sechsmal andere Seite. Zehn Spitzen anziehen. Achtmal Seiteheben, stützt dynamisch. Rückstütz. 10x ein Bein heben, Becken bleibt stabil dabei, Hintern kippt nicht, Becken kippt nicht. Danach Beckenlift, Marching, Becken stabil halten, 12x. Das heißt, wir haben sechs Übungen, das erste zweimal, dann viermal, dann sechsmal, dann achtmal, dann zehnmal, dann zwölfmal. Wir beginnen in Bauchlage, dann in Seitlage, dann in Rücklage.